Hast du gewusst, dass bei Studien, die das Austauschsemester gemacht haben, das Risiko ein Jahr nach dem Abschluss noch arbeitslos war, um etwa 50% tiefer ist? Ich bin Lea Schlenker, ich bin Co-Präsidentin des Verbandes der Schweizer Studierendenschaften und das ist nur einer der vielen Gründe, wieso ich unsere Petition zur Vollassoziierung von Erasmus Plus unterschrieben habe.